Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde. Fallende Typen. Viel Spaß mit diesem Video. Yeah, Spaß, Vollgeist, geiles Game. Miese Sau, diese Scheißmusik. Jetzt bin ich schlecht drauf. Miese Sau. Ich schlag den Erstellern von dem Game in die Fresse. Yeah, Spaß. Hallo, ich bin gesprungen. Oh ja, schön nach vorne geboostet. Bin ich gerade erst da? Uiuiui. Ich laufe gar nicht erst zu dem Kreisel da. Ich werde erster. Yeah. Erster. Ja, so lobe ich mir das. Easy. Wenn der runterfällt. Geil. Was ein Loser. Wie viele fallen da runter, Alter. Der muss auch springen. Weißt du, wo man springt? Der hat eine geile Brille. Da sollte man vielleicht nicht hingehen, wenn man ganz... Ey, Digga, wie doof ist der? Jetzt läuft er wieder durch die Mitte, oder? Ne, besser. Doch. Hallo. Lauf. Ey. Ja. Und solche kommen in die zweite... Ach nee, das ist die erste Runde. Ey, versuchten auszuweichen. Dann schon springen, Alter. Können die alle nicht springen? Ja, ja. Erster Platz. Der meute voraus. Ja, ja. So ein Ding ist das. Ja, immer die gleichen Games. Ja, ja. Schau, wie easy. Jawoll. Easy. Easy. Ja. Wie die sich immer drehen. Geil. Oh, VIP-Kanone. Das ist doch mal was anderes. Halleluja. Wenn ich da rausfliege, dann... ...lösche ich meinen Kanal. Das ist natürlich nur Spaß, Leute. Ich werde natürlich eh nicht rausfliegen, ne? So einfach wie das Game ist. Oh Gott. Nicht mit Controller anwerfen. Was soll denn das? Ui, ui, ui. Oh mein Gott. Alter. Okay, ja. Das ist mal was anderes. Sterne. Ah! Wenn ich da rausfliege, dann... ...lösche ich meinen Kanal. Ich werde natürlich eh nicht rausfliegen, ne? So einfach wie das Game ist. Das ist so eine Sch... Weißt du das eigentlich? Ja, raus hier. Verbindungen ab. Natürlich. Das euch. Diese Runde. Die wird was. Bitte. Ah, Rollweg. Ui, yeah. Ah, easy, easy. Ja, ja. Jetzt lauf doch. Der macht einfach Emotes. Ja, ich glaube... Okay, ja. Ich glaube, der Zoo ist abgefahren. Der macht erstmal Emotes und winkt. Der Schmutz ist raus. Ja, ja. Ja, zum wievielten Mal spiele ich das heute? Zum achtzigsten Mal? Alla. Easy. Los geht's. Ich rolle einfach da runter, Digga. Was ist denn das? Hallo, hello, hello. Hello. Aua. Aua. Junge, wie doof muss man sein, ey. Er läuft einfach gegen die Wand, Junge. Warum ist da mal ne Maus? Raus. Raus. Da hat sie gereimt. Geil. Der Wirbel. Ja, das geht ja auch klar. Obwohl, nee. Da bin ich schon mal rausgeflogen. Drecksgame. Abschaffen. Raus. Ja, ja. Ich fühl mich bereit. Zu jeder Zeit. Oh mein Gott. Aua. Oh mein Gott, Junge. Das war knapp, Junge. Alter. Da hab ich aber nochmal Glück gehabt. Wartentlich extra. Das hab ich auch schon zum neunzigsten Mal heute gespielt. Verdammte Scheiße. Wie ist denn das hier? Voll geil. Was ist denn das für ein Game? Warum bleiben die mitten drauf immer stehen? Junge, was ein Gedränge. Hallo. Nicht schubsen. Das darf nur ich. Der Wikinger, Junge. Wie der läuft. Keiner traut sich. Wohoho. Ja, selbst schuld, wenn man stehen bleibt, hä? Ha, ihr Loser. War ja, traut sich was? Ja? Wie er gezögert hat. Geil. Geiler Hecht in den Tod. Bitte nicht Bergspitze oder weggehext. Schon wieder? Oh nein, ey. Warum ist das jetzt nur das Finale? Ich sag dann schon mal Tschüss. Alter, jetzt wird es aber echt intensiv. Ja, der Puls, der geht hoch. Ja, ja. Hä? Warum kommt zwischendurch immer nichts? Oh mein Gott. Ich seh zwischendurch halt auch nichts. Alter, ich seh einfach nicht. Sie springen blind. Alter. Ist das... Ist das heftig, das Game? Ist das heftig? Alter. Oh mein Gott. Alter. Aber das kommt... Der Schleim kommt immer näher, ne? Alter. Nein, Alter. Oh. Alter. Ne, da konnte ich mich jetzt aber auch schwer noch konzentrieren. So schnell wie das wird. Der Schleim, der kommt immer näher. Alter. Das Finale ist heftig. Aber ich glaube, ich war noch nie an einem Sieg so nah dran. Und der auf jeden Fall verdient geworden. Ne, Spieler melden. Alter. Ja, war schon... Ja, ich muss glaube ich noch ein bisschen üben, bis ich mal den Sieg hole. Den epischen Sieg. Ach man, ich wollte doch einfach nur den Sieg. Oh mein Gott. Vielen Dank.